guten tag hat er gesagt licht an ach ne aus versehen medizin genommen aber ist jetzt auch nicht so schlimm ich habe die taschen voll ich wollte weg bringen und dann wollten wir uns hier um diese insel kümmern die wir ja befreit haben und besonders wollte ausprobieren ob jetzt die fackel aussieht hier wollte sagen weil sonst werdet spiel so ein bisschen eigenartig wir sind schon ziemlich voll muss man sagen aber ein bisschen platz ist noch mal erstmal sonderlichkeiten ich weiß auch nicht ob wir noch so viel stahl brauchen ganz ehrlich ich werde wahrscheinlich gleich irgendwo hinschmeißen wo es nicht gebraucht wird oder wo man ja man denkt das ist so besser weil hier also klar wir haben einmal so dorst und wenn das hier so wecker und das ist alles schön und gut da haben wir früchte werden wir so nicht mehr finden den können wir aufeinander stapeln mit fleisch wird ja wird schwierig eben halt wird noch irgendwo haben ein glas kann halt schon mal rein dann habe 1 2 3 4 5 6 7 8 ok weil ich finde nämlich ein bisschen schwachsinn die machen wir jetzt hier einfach und dann ist das erstmal weg ganz ehrlich so viel brauchen wir nicht wir werden jetzt hier auch noch ein bisschen was hin und dann haben wir auch nicht vergessen ja jetzt schon wieder er wenn du dich verklickst die ganze zeit dann ist das kein wunder aber jetzt wird hier schöne gebratenes fleisch einfach so mitnehmen erst mal gehen hier oha fernlas haben wir ja schon das könnten war rüstung 3 ja haben wir schon aber das kostet natürlich alles geld ne den wollen wir gleich mal lernen so können wir dann eigentlich mit denen irgendwas machen hier naja hauen können wir damit ich dachte hier noch irgendwo reingeht ne die türen die sind alle nicht begehbar schon mal 21 prozent erst und klingt aber gut mental ist jetzt schon wieder aufrollen ja wir haben eben extrem viele klamotten aber ich glaube wenn wir jetzt mal zurückfahren wo ist denn hier unser handelsposten da wo ist es aber ja es geht aber schon mal zum mutanten dinge punkt okay das ist ein bisschen komische schätze also dahinter ist eigentlich hier schon mal was rein führen einmal ein bisschen platz haben wir noch aber das meiste ist denn nicht den werden wir jetzt ja auch nicht nehmen und dann haben wir noch zwei plätze natürlich viel ja was mache ich also den können wir ja noch mal essen das ist ja nicht das problem ich glaube die können wir auch gleich noch mal trinken und dann machen wir einfach mal topf wird schwer sein die wird schwer sein dann ist das auch schon mal ein bisschen cooler was wir jetzt dann gleich wieder voll sind dann verkaufen wir so verbrauchen wo ich den jahre sind stoff komponente und stoff natürlich junge mütze sehr schön sehr muss ich aber auch sagen haben wir extrem viel auch schon verbraucht ne das ist aber auch ganz schön lauter weil man sich jetzt schon wieder so ein bisschen zurückgemacht wir sind nicht der kommt mir auch einfach so immer vor wir sind an die nimmer jetzt sind ja siehst du da ist jetzt gar nichts mehr ja ich weiß auch gar nicht weil ich jetzt hier mit den 80.000 schrott machen sollen ne sie ja bei aller liebe ne selber aber so viel brauchen wir ja eh nicht und das ist jetzt schon ein bisschen übertrieben jeder wäre ganz cool gewesen aber haben wir hier nicht und dann geht ja auch schon die sonne wieder auf dann haben wir ja gleich jetzt hier kein lichtproblem mehr das ist schön ja nicht hier weg damit so wenigstens ein bisschen dicht schaffen so hier waren wir alles ne fliegen können wir da nicht und das ist aber so ein schrank oha wie soll man da wo kommen also von da irgendwie nicht von da auch nicht ich weiß ja nicht ob wir hier denn fundament bauen können also ich suche mal erstmal hier die reste ab das müssen wir uns mal merken ob wir da irgendwas dran bauen ich glaube nö schon so holz ist immer gut ah hier ist das leder jao das schmeckt natürlich richtig gut sehr schön sehr schön haben wir ja schon hier so noch so ein schrott dingens kuppa nimmt man natürlich auch mit kuppa kannst du eigentlich ohne hier noch haben wir haben davon zwar richtig viel aber wer weiß was wir denn alt noch bauen können ne Benzin aha lau das wichtigste von allen Eisenerz und mass ja und dann sind wir schon wieder voll ne ähm warte ich jetzt ja überlegt habe wir haben 67 wirklich da oben hin zu machen kann er einfach mal ein fundament bauen ne und dann sie dieses gebiet durch das platzieren einer markierungsflagge ok markierungsflagge ат mhm mhm aber so er hat mir nie einer gesagt das ist natürlich dann bei dir ans andere und kannst du den da nicht daneben ach so jetzt haben wir kein metall mehr zum glück haben wir hier noch metall wie ich habe kein jetzt halt kein inventar mehr frei wegen wegen weil du mich verarschen willst ja bestimmt aber das ist natürlich dann auch so eine doofe kacke hätte ich ja denn mal die viel mich ja da auch markieren er lassen wir überall markieren da jetzt wieder böse hier werden da keine bösen mehr sein oder hier aber hier 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 wie hier 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 Ne hier war das ne? Ach, falsche. Sankenwender, ok. Und jetzt? Beide 03 Inseln. Ach, die habe ich jetzt alle besiegt, gut. Das ist ja schon mal gut, gut zu wissen. Ah, jetzt kommen die ja auch nicht mehr. Oh, jetzt kommen andere rum, greifen wir an, ne? Wahrscheinlich gar nicht, weiß ich gar nicht. Aber die kamen ja sonst immer und haben mich gehauen. Aber ich glaube nicht mehr, dass die jetzt gekommen. Also sollte man das auf jeden Fall immer machen. Gut, was gelernt. Bitte schade, dass die hier nie was Neues haben. Also klar, die haben sowas hier und alle anderen Schönigkeiten. Ach so, würde ich ja gar nichts verkaufen. Ich muss ja erstmal ein bisschen rumswitchen, ne? Hm, ich kann nichts rumschwitchen. Schwitchen? Schwitchen? Oder? Ach doch. Auf jeden Fall immer das, was ich verkaufen wollen würde. Ähm, mit irgendwas, was ich nicht verkaufen wollen würde. So. 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 Dann natürlich der hier noch. Der hier noch. Der hier noch. Die ist auch sortierenden. Nicht am Ende machen eigentlich. Eigentlich. So. Da ich hier noch irgendwas, was ich verkaufen möchte. Das wollte ich ja mal behalten. Oh Gott. So. 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 was kommt man von hier also das finde ich geil das finde ich nur die ist nicht hin nach tauchscooter du verlierst dann was ja aber dann ist das so dann machen wir nicht so dann machen wir den hier da können wir ja dann weiß er jetzt wird er ja nur so ach so weil das eben zu billig ist mal noch nicht mal für einen würde er verbrauchen er kann die ganze metal verkaufen naja das kommt machen wir jetzt mal und jetzt ich glaube nicht da ich den hier 16 münzen kriege aber dann kann ich ja die metall denn doch verkaufen weil das kann ja richtig viel metall verkaufen und hier und wird hier dennoch wird hier das können wir noch ja will ich gar nicht verkaufen ehrlich gesagt bis ich diesen beschissenen tauchscooter habe 160 wert möchte aber so sehen ja 160 naja ist egal haben wir verkauft aber dieses mit den 19 reinklicken kann man drüber ziehen oder ich war jetzt einfach ein bisschen zu ein bisschen ein bisschen zu hier kann man auffüllen ja und dann ja zu gemütlich wieder ran die mutanten haben wir denn schon mal weg zweitstärkste ist denke ich mal wenn ich jetzt mal hier so gucke die plünderer wo ich die mal suchen also die blauen plünderer blau okay okay das müssen wir dann mal so jung wie in augenschein nehmen das ganze mit dem plünderer weil dann die patata für eine fraktion ist dann noch mal auf die karte gucken aber miteinander wollte jetzt eigentlich ja nicht so viel mit dem feindschaft machen oder so hier mal ein bisschen hackengas hier wollen wir mal ankommen hier so die tüte ist natürlich hier ne wir kriegen den hier denn noch schön denke ich habe es wie so ein mischtein der hat hier noch doppelte ladung drin sehr schön kein mischtein aber doppelte ladung auf jeden fall und da hat nehmen wir natürlich dann gerne eisen schmeckt natürlich wesentlich wesentlich mehr aber solange war hier jetzt plus machen und ein bisschen was sammeln klima 76 da fehlt noch eine menge eigentlich ne ob wir hier irgendwie noch nach oben müssen naja guck mal hier hier gibt es ja auch noch das darf jetzt mal alles mir wollen ja auch die nächsten tage ordentlich wieder einsortieren sind ja ein bisschen ein bisschen blanco zu hause das wäre natürlich gut wenn wir das aufwählen könnten richtig viel von den roten zeug das ist eigentlich auch gar nicht schlecht ich glaube das machen die mit absicht das daneben machen weil wegen lebens punkte auch interessant ist ob wir jetzt mal den helm und sowas reparieren können wenn er eh schon so im arsch ist also zumindest beim nächsten mal ne naja da ist auch noch was guck mal da auf der festung hier sind ja wieder ein paar und das ist naja da war ja eh die ganz böse die ganz böse geschichte 94 94 jetzt bei uns also da oben das eine wird auf jeden fall sein ich weiß ja nicht ob den noch irgendwo höher denn was gibt mhm 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 haben wir auch so eine anlege ah ja metall leiter ok und die kann hier und die kann nicht weiter auf aber das reicht ja wahrscheinlich schon also ich dachte schon ja das hat sich ja okay das können wir schon tauschen hier ist kein problem weil das andere ist ja kaputt aber ich dachte jetzt wir kriegen hier richtig was oben liegt ja nicht mehr 97 irgendwas fehlt hier noch aber was was fehlt hier noch also hier gibt es ja auch nicht viel also hier gibt es ja auch nicht viel oder so ein eisenärzt der war wichtig so den einen haben wir ja schon und hier vorne ist er denn was anderes oder nicht bitte ich sage waffe ok okay ... Ah, hier. Kann der das sein? Ne. Mit Limo. Ja, Limo brauchen wir immer. Ich finde das glaube ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob obendrauf noch irgendwas ist. Keine Ahnung. Geht dazwischen. Wir waren ja eigentlich schon überall. Was hätten wir da irgendwo gefunden? Normalerweise. Aber jetzt können wir hier zwei noch mitnehmen. Oh, da ist noch ein Auto. Okay. Uh, Donner gefunden. Hier zeigt er jetzt nichts mehr an. Aber hier das Auto, das wird das schon dazu zählen, oder? Ja, jetzt will ich es weg haben und jetzt kann ich es nicht, ne? Ja, wieder diese schleppenden Probleme, weil wir keinen Platz haben oder sonstiges, ne? Aber da, oh, siehste mal, siehste mal, wie viel Platz wir jetzt noch haben. Und besonders wichtig ist ja Benzin, auch hundertprozentig, geil. Haben wir geschlossen. Haben wir geschlossen. Wenn jetzt natürlich die Sankteländer irgendwie Kinder machen würden, ne? Und, äh, dann wäre das cool, ne? Aber ich glaube da eben nicht dran, dass, äh, hier die irgendwie KI so mitspielen könnte. Also, wir haben jetzt hier, um bekannte Ruine zu erforschen, was jetzt nicht so cool ist, ich versuche erstmal zu reparieren. Dann müssen wir uns vielleicht ein bisschen hoch rüsten, was die, da bin ich ja. Was die Munition angeht, und dann gibt's, äh, auf das Schnauze, ne? Dann wollen wir da hin, eigentlich. Dann muss es, äh, fruchten. Geh mal von hau aus, dann können wir da natürlich eine Flagge, oder lassen wir da natürlich eine Flagge machen. Dann haben wir jetzt, äh, jetzt nicht das Revier abgesteckt, das ist ja auch ganz gut. Also, äh, ja, ist ja eigentlich, äh, Revier markieren, oder nicht, was wir jetzt noch machen. Anders kann man es ja gar nicht sagen. Jetzt kann ich, steht da hinten drauf, ich glaube nicht, oder? So. Gut. Jetzt sind wir jetzt hier links noch, schwimmende Zuflucht. Irgendwanns auch noch, oder? Nee, das ist ein Geländer, oder sowas. Aber bevor der Tag vorbei ist, wie hat die sich denn da Donner von mir an, und dann rüberkommen, und dann Stress machen, oder so? Das wollen wir ja bei aller Liebe, nee. So, aber die wollen wir jetzt hier so, genau. So. Cool. Und dann sage ich, tschüssikowski, wir fahren dann nach Hause, und dann werden wir hochrüsten. Auf jeden Fall sehr, sehr viel hochrüsten. Bis dann, ciao.